ich weiß gerade nicht was das hier ist ob das eine reinigung ist oder so ich weiß nicht die Kernlage glatt viel gespuckt ich weiß auch immer ok Time to kick some ass! Ach, coole! Verstrahlte Sunset Suspirilla? Solches gibt es? Cool. Das finde ich echt cool. Ich wollte wieder Winding Machine raiden. Oh man, ey. Oh man, ey. Oh man, ey. Oh man, ey. Glowing. Oh man, okay. Oh man, ey. Oh man, ey. Oh man, ey. Ich spür meine Arme und Beine nicht. Was? Er fühlt seine Beine nicht? Oh man, ey. Oh man, ey. Oh man, ey. Oh man. Oh man, ey. 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 Prozent Prozent das abbrechen im hier ist Danke für die Reaktion! Danke für die Reaktion! Gullohr? Sehr schön, ja das Hilfenkasten ist aber gut. Guck mal los. So geht nicht, so geht nicht, so geht fast, so geht überhaupt nicht. Was ist hier irgendwo? Präzisionsgewehr. Na gut. Verstümmelter Arm. Guck mal los. Guck mal los. Weitersuchen. Weitersuchen. Wüstensalat. Okay. Sieht gut aus. Wüstensalat klappt, warum nicht? Silberstachel, Schlangenwüstepresse mache ich mir beides nicht. Äh, komm besser. Verstrahltes Salisbury, Kings. Verstrahltens. Hallo, jetzt hör mal auf Wechsel laufen, ey. Soll mir recht sein. Schön, dass du dich freust. So, was ich haben will, ist erstmal mein Radiation Street, Peter. Mit dem bist du ja total, ja, überfordert, sagen wir mal so. Soll ich, ich hab das hier mal so. Soll die Idee, was ich mit dir mehr Zeit vorher fallen. Oh, was ich verändert? Soll ich mich, wenn du sich nicht weißt, was ich. Soll ich dich wirken. Soll ich dich? Alles klar, wenn du dich? Ich bin zu deinem, hätte, soll ich mich. Soll ich dich? Soll ich dir nicht. Das ist, was ich, du zuerst? Diese Chance habe ich, ein bisschen zuf Fast. Das ist komisch. Ah, nur verrückt, es wird wahrscheinlich viel zuhören. Halt noch! Und manchmal sind auch Sachen drin. Ich schreit es. Gute Sachen sogar. Rottgarten abgelassen. Okay. Erstmal ein bisschen. Bisschen reduzieren, das Gewicht. Von allem ein bisschen. Nanananala. Ratkakerlakenfleisch. Shretix. Riesenratten vielleicht. Ja. Pubies, Schafe, Schmutter. Ja. Oh, sind es jetzt erst bei Riliers? Kann ich um dich jetzt denken. Ja. Oh, ich habe auch noch etwas gegessen, was meine Stärke reduziert hat. Ich glaube, ich wollte etwas essen, was meine Stärke erhöht. Gibt es hier nichts? Echt nicht? Ist das eine Sackgasse? Ist das hier voll langweilig hier? Ist das hier voll langweilig hier? Ah, ein Safe. Hab ich jetzt nicht gesehen. Ja, kann ich nicht öffnen. Ist okay. Ist okay, ist okay. Muss ich halten ein wenig mehr. Ach, Schränke. Ach, Schränke. Ne. Was sind die leuchtenden? Ich kann doch nicht nur 150 tragen, oder? Ja. Geh auf, Soldaten! Ja. Ohne Scheiß, ich speicher jetzt erstmal. Weil, ähm... Sagen wir mal so, die Leute sind noch nicht gestorben. Und, ähm... Das möchte ich feiern. Nimm ich einfach Speicher. Schön gemacht. Toll. So. Ich weiß nicht, wofür ich Ghulohren brauche. Boah. Was? Macht mir denn da Stärke Minus? Zustand. Ja, ich seh gut aus. Red ist, äh... Geht gleich. Flach-Effekte. Mauerslattenfleisch habe ich gegessen, ja. Red away. Oh, sch. Hm? Da... Was hier? Okay. Da, weiter. Coolohr. Kaput das Terminal. Das hacke ich gleich, glaube ich. Das hacke ich jetzt. Wenn es das zu hacken geht. Fehler. Ja. Primäre Energiequellen nicht verpflichtbar ist okay. Time to kick some ass! Dez Heffekte. Der ist heftig. Ja. Der ist heftig. Vierk! Los participiert! Der ist hüppig. Der ist hüppig. Der ist wöbel. Das ist da. Der ist fiel. Quaestant Adventurer Sandgranaten Adventurer's Node Grenade Rifle Das ist alles sehr gut Beipack Gunslinger Alles sehr gut bis auf Bis auf das Eintab Outfit